Hallo Leute und willkommen zu einer etwas späteren Ankündigung zum Vlog Nummer 1146. Ja, wir haben es jetzt gleich viertel vor eins in der Nacht, haben ein bisschen länger heute für den Themenzettel gebraucht, ist natürlich alles schon aufgebaut, aber heute mal wieder so richtig müßig, die Themen zu finden. Im Prinzip hat sich genau das, was wir die letzten Tage permanent durchgesprochen haben, so ziemlich eins zu eins wiederholt. Und deswegen musste ich ein bisschen weitersuchen, aber hey, jetzt bin ich fertig mit den Themen, wir können also loslegen. Wer jetzt noch ein bisschen Zeit und Lust hat, den sehe ich gleich auf dem Reisekanal. Allen anderen, rutscht gut rein in den Donnerstag, lasst euch nicht ärgern, friert draußen nicht an, ist ja doch knackig kalt aktuell. Und dann gucken wir mal, was noch so ein absurdes Tag abgeht. Aber jetzt fangen wir erstmal an, damit es sich noch später wird. Ich lade noch schnell die Ankündigungsmarathons hoch und dann starten wir auch direkt.